So, willkommen zu meinem Raid-Video. Das ist der Raid-Boss Nanuan aus Herdervinger Online. Die befindet sich in den Abwasserkanälen von Moria. Das ist nur dieser Raum, wo sich dieser Boss befindet. Das ist ein Schlachtzug aus Herbstpersonen. Ich habe das auch ein bisschen gekürzt, weil es ist eigentlich nur ein reines Götzloppe und sonst ist das nicht sehr anspruchsvoll. Aber so viel zwischendurch macht das Spaß, weil die Belohnung ist ganz okay. Man kriegt manchmal gute Waffen oder immer eine Münze, die man dann für bessere Waffen eintauschen kann. Das Wichtige an diesem Boss ist, dass er in einem gewissen Zeitfenster siegt werden muss, weil sie einen Debuff oder besser gesagt einen Buff auf die Spieler setzt und wenn so länger er aktiv ist, desto mehr Lebensenergie verliert der Charakter und so können die Heiler nicht mehr dagegen anheilen. Das wird sich auch gleich zeigen, denn so ein Raid liegt meinem Twink zumindest, also da ist mein Jäger Twink, habe ich auch noch nicht gehabt, wo es wirklich sowas von knapp war. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Man sieht jetzt gerade, ich habe einen Schnitt gemacht. Das ist jetzt schon fünf Minuten Kampf, bis die Lebensenergie von einigen schon nicht mehr stabil ist, genauso wie meine. Die Heiler kommen jetzt nicht mehr gegen an, jetzt sind schon ein paar Heiler tot, weil der Damage hat nicht gestimmt. aber man sieht, es wird ganz, ganz knapp sein. Ich kann auch schon sagen, wir haben es am Ende geschafft, aber mir kam der Angstschweiß hoch. Aber es hat sich gelohnt. Und gleich fällt sie. So, da liegt sie. Danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.